Hallo zusammen! Wir haben heute eine Tour gemacht und leider ist das Video nichts geworden, als ich am Anfang erklärt habe, was wir machen. Darum sage ich das jetzt. Wir haben eine Tour gebucht und sind mit unserem Guide Bruno drei verschiedene Sachen anschauen. Sonoloa. Ich weiss nicht genau wie das heisst. Aber auf jeden Fall waren das Wasserfälle. Wir sind zu einem Floss gegangen und zu einer Kommune, wo die Kubaner in einem ganz armen Verhältnis wohnen. Voll in der Natur, ohne irgendwelche Ansprüche an sich selber. Das sind wir heute anschauen. Und das zeige ich euch jetzt. Also das hier, dieser Baum heisst Arbol de Turista. Und zwar, muss ich mal schauen, wenn man das so reibt. Blätter jetzt so etwas ab, wie die Touristen, die immer den Sommerbrand haben. Und wenn es dann nachher schält. Und der ist aber gleichzeitig sehr gut. Wenn man irgendwie Magenprobleme oder so hat, kann man da vom Saft, von dem Baum etwas trinken, mit Zucker mischen und so. Und dann geht es dann wieder tiptop. So, wir sind jetzt in einem Natur-Hotel. Das ist da einfach erworben worden. Ihr seht ja vielleicht. Wir sind im Hotel inne und der Baum kann da gleich noch raus. Dort kommt er aus dem Fenster raus. Und das ist einfach gemacht worden, weil sie da einfach nichts haben wollen. Keine Bäume oder so fällern und alles für das Hotel zu errichten. Und sie haben da keine Musik-Up, sie haben keinen Swimmingpool. Da ist einfach alles auf natürlicher Basis. Das hat aber als Preis, kostet etwa 180 Franken pro Nacht, wenn man da übernachten möchte. Und ja, normalerweise ist es einfach so ein Ort, um zu relaxen. Weil es da halt einfach eine schöne Aussicht hat. Und darum sind das Teichchen oder so, wo man sich ein bisschen relaxen kann. Jetzt ist aber gerade Ferienzeit und es ist Samstag. Und es sind zahlmässig viele Leute da. Es sind bei Garweiss gekommen. Darum präsentiert jetzt das nicht gerade so die Idyllen. Aber normalerweise hat es das sehr, sehr ruhig. Ja, speziell. So, jetzt sind wir hier an unserer zweiten Station. An so einem Fluss. Und wie gesagt, heute hat es relativ viele Leute. Aber vielleicht finden wir einen Plätzchen, der es etwas weniger hat. So, wir sind jetzt an diesem Fluss. Aber ja, so wunderschön ist es jetzt auch nicht. Es ist okay, aber ja, muss man jetzt nicht unbedingt gehen. Und vor allem, wenn ihr hier reinkommt, dann nicht am Wochenende. Schau mal. Scare-Movell. Scare-Movell. Aber vielleicht ist es etwas schöner dort. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier fertig mit dem Wasserfall. Es wurde trotzdem noch interessant, denn wir haben noch etwas mit unserem Guide gesprochen. Er hat ganz viele Sachen erzählt. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er pro Monat 640 Franken im Staat abdrücken muss damit er mit den Touristen und mit den Einheimischen arbeiten kann. Für die Versicherung, für das Auto, für das Benzin, das muss er dem Staat abdrücken. Und alles hier ist verstaatlich. Ich habe dann gesagt, dass er dem Staat relativ viel Geld hat. Das gehört praktisch alles dem Staat. Dann hat er gesagt, nein. Das ist nicht so, denn Kuba hat fast keine Wirtschaft. Sie haben fast keine Sachen, die sie exportieren. Sie haben den Zucker, sie haben den Tabak. Aber sie haben sonst fast nichts. Während des Tages sehen wir die Leute sind nicht irgendwie im Geschäft am Arbeiten, sondern sie laufen auf der Strasse. Sie leben ein kleines Leben. Sie haben ein kleines Lädchen und so. Sie verkaufen etwas. Aber sie haben keine wirkliche richtige Wirtschaft. Wenn sie nichts exportieren, verdient das Land natürlich auch nichts. Und ja, darum ist das ein bisschen der Nachteil. Also der Vorteil ist, sie haben natürlich ein relativ lockeres Leben. Der Nachteil ist natürlich aber, dass sie immer überall alles dem Staat abgeben müssen. Und ja, so hat alles seine Vor- und Nachteile. Er hat auch noch erzählt, dass vor ein paar Jahren, in den 90er Jahren, ist der Mindestlohn pro Monat 2 Franken. Also unglaublich. Da konnte sich niemand mehr richtig ernähren von dem natürlich. Und darum sind dann viel aus Amerika ausgewandert und haben dann das Geld zurückgeschickt. auf Kuba. Er ist zum Beispiel auch auf Spanien gearbeitet. Aber 2007, als die Finanzkrise losging, ging er wieder zurück. Mittlerweile ist der Mindestlohn bei 20 Franken. 20 Franken pro Monat ist der Mindestlohn. Immer noch nicht sehr viel. Aber es reicht es ein bisschen besser zum Leben. Und viele haben da zum Beispiel ganz viele Casapartikulare in diesen Touristenorten. Und wenn die Leute eigentlich gar keine Motivation um mehr zu arbeiten, das ist auch noch ein Problem. Also wenn sie zum Beispiel beim Staat arbeiten gehen, in einer Fabrik oder so, dann krüppeln sie den ganzen Tag, verdienen sie schlussendlich aber nicht mehr, als wenn sie mit Touristen zusammenarbeiten würden. ein Zimmer vermieten. Darum haben die Leute gar keine Motivation mehr zu machen, weil man gar nicht mehr verdient. Und das ist ja so, darum sind sie eine kleine Clinch. Spannend, was er da erzählt hat. Also Kuba ist schon relativ spezielles Land, wenn man das anschaut. Aber eben die Leute sind halt gleich mega glücklich. Also man kann nicht sagen, dass die da irgendwie unglücklich sind wegen dem. Ganz im Gegenteil, er meint auch, als er in Spanien war, seien die Leute nicht so fröhlich und alles. Und er meint, das hat da viel mit dem Wetter zu tun, was ich immer zustimme. Wenn bei uns Winter ist, sind alle deprimiert. Und da hast du natürlich immer schönes Wetter. Und das hilft sicherlich auch. Also schlussendlich sind die Leute vermutlich gleich glücklicher als bei uns. Aber eben, sie haben Probleme, wir haben auch Probleme. Es sind halt einfach andere Probleme, die wir haben. Aber ja, es läuft ein bisschen anders da, in Kuba. Ja, das Gute ist da, zum Beispiel in Kuba. Die Schulausbildung ist gratis, bis zur Universität, meinte ich. Und auch Krankenversicherung muss nichts bezahlen. Also wenn sie etwas haben. Das Problem ist dann aber, die Spitäler sind relativ schlecht eingerichtet, und alles. Es ist zwar gratis, aber die Qualität ist einfach nicht gut. Ähm, ja, von dem her, ja, muss man selber ein bisschen schauen, ob das jetzt besser ist oder nicht. Aber immer haben sie dort nichts zu zahlen. Und für die Kinder, wenn sie ein Kind haben, kommt nichts vom Staat. Also, dort null Unterstützung, nichts. So, wir sind jetzt hier in einer Restaurant. Wir haben jetzt etwas gegessen. ganz versteckt, ganz so hoch. Einheimische sind da. Und, äh, ja. Wir haben einfach etwa eine Stunde und ein Viertel müssen warten oder so, glaube ich. Damit wir das Essen bekommen haben. Wir haben es dann aber doch noch bekommen. und es war sensationell. Also, vor allem Weiss, glaube ich. Gell, Mami? Dies ist auch gut gewesen. Aber Weiss war, glaube ich, noch etwas besser. Lamm, das ist die Spezialität. Das ist so zart gewesen, das ist fast auf den Zungen vergangen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also, darum hat es sich ein bisschen gelohnt zu warten. Ähm, jetzt hat es angefangen zu regnen, wie ihr vielleicht hier hinten seht. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Ähm, jetzt gehen wir zum Wasserfall und danach, äh, ja, werden das die letzte Station von unserem Trip. Musik So, hallo miteinander, wir sind jetzt schon am nächsten Ort angekommen und zwar in Playa Larga und wir haben jetzt heute 6 Stunden mit so einem alten Krüppel-Taxi gefahren. Wir waren 18 Leute in diesem kleinen Auto. Es war schon gross, aber bei den 18 Leuten war es zu wenig gross. Zum Glück war ich im Militär, denn jetzt sind wir auch im Enduro gehockt, wie Hühner auf dem Stängel und das war heute auch so. Und jetzt sind wir hier in Playa Larga vorne am Strand unten. Und jetzt haben sie die Familie für uns gekocht und schaut mal was es da gibt. Ein Süppel. Das ist glaube ich Süsskartoffeln mit Reis. Und das ist Lobster. Mit einem Smiley drauf. Für 8 Franken. Also unglaublich was sie wieder aufgetischen. Hier haben wir noch Bohnen, noch Bananen frittierte Bananen. Mami hat ein Boulé. Also die geizen wirklich nicht an, die Leute sind super freundlich. Sie haben uns hier wieder super freundlich willkommen geheissen. Und jetzt geniessen wir das Essen, würde ich sagen. Oder Mami? Ja. Genial. Super. Guten. Guten. So wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute steht Tauchen auf dem Programm. Und zwar sind wir jetzt da mit dem alten Ami Schlitten vom Dorf abgeholt worden. Und jetzt sind wir da an einer schönen Bucht. Und da geht es jetzt tauchen. Für insgesamt 25 Franken, was etwa 25 Franken entspricht. Also sehr, sehr günstig. Aber eben musst du halt so ein bisschen Massenabfertigung und so. Das geht alles sehr, sehr schnell und so. Jetzt einfach mal schauen. Das Equipment muss sich gut überprüfen und so. Und danach kommt das schon gut. So, das Tauch ist jetzt durch. Ähm, die anderen haben jetzt einen zweiten Tauchgang gemacht. Das dachte ich jetzt bei einem Lassila. Es ist cool gewesen. Ich habe jetzt nichts wahnsinnig spezielles. Nicht so viel Fisch. Dafür ein schönes Riff. So, wir sind jetzt da wieder zurück vom Strand. Und wir haben jetzt da wieder das königliches Essen, wie ihr da vielleicht gesehen habt. Ich habe Krabbefleisch. Und Lopste. Und sie hat Fisch, gell? Fischli. Und ja, das lassen wir uns jetzt riechen. Da hat es übrigens ganz viele Krebschen, die vor allem in der Nacht hervorher kommen. Also dieses individuelle Krebs wird da ganz frisch gefangen von da. Das schmeckt sehr, sehr gut. Ich zeige dir vielleicht nachher noch ein paar Krebschen. Ähm, die meisten sind eben schon tot auf der Strasse. Und irgendwie überfahren worden sind. Aber in der Nacht kommen sie immer raus und dann sehen wir die. Aber jetzt essen wir das erste Mal. Gute Mami. Danke schön. Super. So, wir haben fertig gespessen. Und jetzt treffen wir uns mit zwei Kollegen, die wir letztens kennen gelernt haben. Auf dem Weg von Vinales hierher. Und ja, ihr seht vielleicht, es windet ein wenig. Oder ihr merkt es vielleicht ein wenig. Da hinten ist recht dunkel. So ein wenig Weltuntergangsstimmung. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir möglichst schnell irgendwo unterkommen. Ähm, sonst wird es uns dann ein wenig verschiffen da. So, jetzt habe ich ein totes Krebschen gefunden für euch. Die sind dann, wenn es etwas dunkel wird, kommen die überall raus. Und die Hündchen, die fressen die dann nachher. Also sie wollen eher spielen, aber sie sind meistens nachher tot. So, wir haben jetzt ein paar gefunden. Wir sind hier im Trockenen, hoffentlich. Und ähm, dürfen wir vorstellen. Mirjam und Niki. Äh, ja, Niki habe ich es richtig gesagt. Das habe ich noch etwas zu überlegen. Ähm, und äh, ja. Wir trinken jetzt noch einen Cocktail. In dieser schönen Cocktail. Mal schauen. Wir haben mittlerweile ein paar gewechselt. Die sind jetzt mit Livemusik. Wie geht's denn, Niki? Wie geht's denn, Niki? En Niki? Wer hat mich nicht mehr gegen die Hand. Mit mir ist es nicht meist. Wie geht's denn, Niki? Es geht weiter. ysz 은 pernah. Wie geht's denn, Niki? So, das war's von diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein und dann würde ich sagen bis bald. Ciao, ciao.